Weltweite E-SIM Bleiben Sie in Verbindung, wo immer Sie sind. Greifen Sie mit nur einer E-SIM-Installation auf das Mobile-Internet in über 90 Ländern zu. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre E-SIM anzufordern. Doppelpunkt. Erster. Kopiere Deinen Einladungscode. Code kopieren, DENT 45 GBR NZ LZ 3YM. Zweiter. Laden Sie die DENT-App herunter. Dritter. Fügen Sie den Code bei Ihrem ersten Datenkauf ein, um Bonusdaten zu erhalten. Vierter. Installieren Sie Ihre E-SIM und genießen Sie nahtlose Konnektivität. Weltweite Daten. Einfaches und günstiges Internet. DENT-E-SIM bedeutet Mobile-Konnektivität, wann immer Sie wollen, in über 80 Ländern, ohne Roaming-Gebühren Ihres Mobilfunkanbieters. Das Herunterladen der DENT-App, die Installation Ihrer E-SIM und das Online-Gehen dauert nur wenige Minuten. Behalten Sie Ihre Telefonnummer und Ihren lokalen Mobilfunkanbieter mit der Dual-E-SIM-Funktion des iPhone. Mit DENT ist kein Vertrag erforderlich. Zahlen Sie einfach für Daten, wenn Sie sie nutzen, und nutzen Sie diese Daten für das nächste Jahr oder wählen Sie ein Paket aus dem Marketplace mit der von Ihnen benötigten Gültigkeit. Installieren Sie Ihre DENT-E-SIM jetzt, damit Sie für Ihre nächste Reise bereit sind. Unterstützte Geräte anzeigen Liste der Länder anzeigen. Ihr Reisepartner. Über 90 Länder. Bleiben Sie weltweit in Verbindung. Bis zu 365 Tage Gültigkeit. Ihre Daten bleiben gültig, solange Sie sie benötigen. 100% digital. 100% Kontrolle über Ihre Daten. Wir sind anders. Einfache Einstellung. App Store in wenigen Minuten online. Marktplatz. Kaufen und verkaufen Sie ungenutzte Mobile-E-SIM-Daten. Lokaler Inhalt. Strämen Sie Ihre Lieblingssendung von überall. Seien Sie frei und bleiben Sie flexibel. Keine Roaming-Gebühren. Kein Vertrag. Kein Ärger. Jederzeit aufladen. Sie können Apple Pay, PayPal, Binance Pay und mehr verwenden, um Ihre mobilen Daten zu kaufen. 100% Kontrolle. Es gibt keine Verträge oder langfristigen Verpflichtungen. Sie zahlen nur für Ihre Daten, je nachdem, wie viel Sie nutzen. Keine Verschwendung. Es werden keine physischen SIM-Karten benötigt. Alles digital, einfach und unkompliziert. Die einzige SIM. Sie werden es jemals brauchen. Installieren Sie Ihre SIM einmal, bleiben Sie in über 90 Ländern verbunden und laden Sie sie auf, wann immer Sie möchten. Sie können sogar zwei SIMs gleichzeitig verwenden. Wechseln Sie zur besten Konnektivität an Ihrem aktuellen Standort. Seien Sie bereit für den nächsten Dienstausfall Ihres Mobilfunkanbieters? Installieren Sie jetzt eine zweite SIM und machen Sie sich nie wieder Sorgen. Einfache SIM-Installation. Kein QR-Code erforderlich. 1 E-SIM für über 70 Länder. Premium-Konnektivität. E-SIM-Marktplatz. Verdienen Sie Belohnungen. Begrüßen Sie Dent E-SIM. Sind Sie bereit, loszulegen? Erleben Sie die Zukunft der mobilen Konnektivität. Genießen Sie die Freiheit, sich zu vernetzen, zu arbeiten und die Welt ohne Grenzen zu erkunden. Beginnen Sie Ihre Reise noch heute mit uns. Noch Fragen? Mit unserer Unterstützung wird Ihre Vision von nahtlosen weltweiten mobilen Daten Wirklichkeit. Besuchen Sie die Q&A-Seite. Ich loge Sie die Arbeit, dir das colored one hundred wird. Vielen Dank.